Halli, hallo Freunde, da seid ihr ja wieder, da habt ihr mich erwischt. Und ich muss sagen, ein Spielplatz mitten in der Natur, das lockert doch die Muskulatur. Ob jung, ob alt, ob groß, ob klein, alle wollen sie auf diesem Spielplatz sein. Ich muss sagen, nein, ich habe nicht meine, hoppla, Autoreifen verloren. So, schaut euch mal das an, das ist auch ein Hammer und ein Traum. Ja, ein Spielplatz, wie gesagt, in der Natur, man glaubt es kaum. In diesem Sinne, ich bin mal raus, laufe weiter, denn ich habe noch ein Stück, so sieht es aus. Ich habe euch lieb, mach Winke, Winke, Lucky Lucky, freu mich, dass ihr alle so zahlreich wieder da seid. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch ein Like da, ansonsten ist doch alles klar. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank.